Hallo meine Scam-Freunde und herzlich willkommen an alle weiteren Zuschauer mit gutem Spielegeschmack. Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei einer neuen Scam-Tipps-und-Tricks-Folge. Aktuell habt ihr mir ein bisschen länger nichts mehr von mir gehört, weil ich aktuell die Serie Prison Simulator spiele. Das könnt ihr auch auf meinem Kanal, wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal draufklicken und dann könnt ihr mich dann als Gefängniswärter erleben. Da gibt es auch schon drei Folgen online. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte, wie ich mich da um die Knackis und so weiter kümmere. Und versuche natürlich nicht, dass sie ausbrechen und so weiter und so fort. Aber heute sind wir wieder bei einem Scam-Video und heute möchte ich euch erklären, das ist zumindest für die Einsteiger vielleicht ganz interessant, wie kann ich eine Autobatterie in ein Fahrzeug einlegen, wie kann ich eine Autobatterie reparieren und wieder aufladen. Und wie komme ich ziemlich schnell an Bleiplatten in der, ich sag mal, also wie bekommt man die meisten Bleiplatten auf einen Streich, so würde ich es mal ausdrücken. Hat nämlich alles mit Batterien und Auto und so weiter und so fort zu tun, hängt miteinander zusammen. Denn, wie ihr wisst, oder wie die Spieler wissen, die schon ein bisschen länger spielen, kann man Bleiplatten aus der Autobatterie erhalten, indem man die zerlegt. Das kann man mit zum Beispiel einem Baseballschläger machen, den ich gerade in der Hand habe, kann man aber auch mit einem Schraubenschlüssel oder mit einer Brechstange etc. machen. Dazu geht ihr vor die Batterie. Die Batterien haben jetzt bis auf diese hier, die tun wir mal ein bisschen beiseite, haben die alle 100% Gesundheit, also Zustand und 100% Ladung. Wir nehmen jetzt eine von den 100%igen, alten F gedrückt und dann können wir die in Bleiplatten zerlegen. So macht man das normalerweise. Man kann auch Bleiplatten natürlich in der Garage oder wo auch immer finden oder in Schrottautos. Und jetzt haben wir drei Bleiplatten bekommen. So. Das ist aber auch immer verschieden. Wenn wir jetzt nochmal eine zerlegen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Erhalten wir auf einmal, oh Wunder, fünf Bleiplatten. Das heißt, man kann bis zu fünf Bleiplatten auf einen Streich erhalten und die haben dann auch 20 von 20 Einheiten. Das heißt, wenn ihr Bleiplatten braucht, um Munition herzustellen oder um irgendwas zu bauen, aus der Autobatterie bekommt ihr die. Und die höchste, ist auch ein bisschen mit Zufall zu tun, aber die höchste Auslese oder Beute an Bleiplatten macht ihr, wenn die Batterie einen 100%igen Zustand hat, also nicht beschädigt ist und zu 100% aufgeladen ist. So. Was machen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier wie diese Autobatterie, wir nehmen sie mal in die Hand, das ist diese hier, wenn die nur 33% intakt ist und beschädigt ist. Da gibt es nämlich einen Trick, wie wir die reparieren können und zwar müssen wir die dafür in ein Auto einsetzen. So. Wie machen wir das? Ich stelle die Autobatterie nochmal vor unsere Füße. Dann braucht ihr einen Wagenheber. Haltet wieder F gedrückt, indem ihr auf das Auto schaut. Und geht in den Service-Modus. Dann sieht das Ganze so aus. Alternativ könnt ihr natürlich auch hier im Tab-Menü rechte Mausklick und dann kommt ihr auch auf den Service-Modus. So. Die Autobatterie kommt immer hier vorne rechts rein. Also beim Leica genauso. Oder, ja doch, ich meine beim Leica auch, aber auf jeden Fall vorne im Motorraum. Ihr nehmt die Batterie in die Hand. Dann den Cursor wieder auf diese Stelle hier, wo die Batterie sitzt. F für Install. Und er legt die Batterie ein. So. Wie kriege ich die Batterie jetzt repariert? Die Batterie repariert ihr mit dem Car Repair Kit. Ihr geht dann wieder ans Auto ran. Cursor über die Batterie. F. Und dann kommt Repair. Car Battery. So. Jetzt ist sie, oder sollte sie repariert sein. Wir schauen uns das nochmal an. Wir können sie ja nochmal rausholen. Und da, oh Wunder, hat sie. 100% wieder. Dann sehen wir wieder ein. Und wenn die Batterie 100% Gesundheitszustand, 100% Ladung hat, wie ich gerade gesagt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da bis zu 5 Bleiplatten rausholt, sehr groß. Hat aber auch, ist auch ein bisschen mit Zufall. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist dann am höchsten. So könnt ihr relativ schnell Bleiplatten farmen. So. Was ist denn jetzt, wenn die Batterie z.B. nicht den höchsten Ladungsstand hat? Ihr könnt sowohl eine zweite Batterie nehmen. Und dann nehmt ihr dieses Ladekabel. Und dann könnt ihr die eine Batterie mit der anderen aufladen. Aber wir wollen ja im optimalen Falle alle Batterien, die wir besitzen, auf 100% bringen. Und auf 100% Zustand, um dann den optimalen Auswurf an Bleiplatten zu haben. So. Wie machen wir das? Wir können die Autobatterie ja aufladen, indem das Fahrzeug fährt. Man kommt übrigens wieder aus dem Service-Menü raus, indem man wieder F hält. End-Service. Zack. Geht das einzelne Auto zu. Tab-Taste. Dann habt ihr hier den Wagenheber. Den nimmt er wieder mit. Und wenn ihr dann in den Wagen einsteigt... Ne, ich schiebe ihn jetzt nicht. Aber, sagen wir mal, die Batterie wäre komplett leer. Das ist auch möglich. Dann würdet ihr den Wagen zu einer Anhöhe schieben. Den leicht runterrollen lassen. Mit Tür geöffnet. Und springt, wenn der ein bisschen rollt, rein. Auf Drive. Mit F auf Drive. Und startet dann sofort den Motor mit W. Und dann, wenn der runterrollt, kann die Batterie trotz Null, weil der Wagen sich dann bewegt und das ein Dynamo ist, trotzdem anspringen. Kann auch vielleicht mal zwei Versuche dauern oder einen höheren Berg. Und wenn der Wagen einmal läuft, wenn er einmal an ist, dann könnt ihr mit dem rumfahren. Bloß nicht anhalten. Weiterfahren, weiterfahren. Und die Batterie lädt sich auf. Das macht ihr, bis die Batterie 100% hat. Und ja, dann habt ihr wieder 100% Batterie, 100% Zustand, wenn ihr die repariert habt. Und könnt wieder bis zu fünf Bleiplatten A20 Einheiten aus der Autobatterie gewinnen. Und wenn die Batterie natürlich ein bisschen Restsaft hat und ihr könnt das Auto so anmachen und die ist halt noch nicht voll geladen, dann macht ihr es halt an und fahrt halt auch rum, bis sie wieder voll geladen ist. Ist ja ein Dynamo-Effekt. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht, für die, die es nicht wussten. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bleiplattenfarm und ja, beim Autobatterien aufladen und reparieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben dort, zurück bei mir oder kommentiert auch gerne, wenn euch das Video gefallen hat, unter das Video. Oder vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Es gibt auch andere Videos zu anderen Spielen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend und ich sag Glück auf und bis dahin, euer BigSolic. Bis zum nächsten Mal.